Wir produzieren jetzt vorher. Was machen wir? Was machen wir? Ich hab gesagt wir hauen jetzt rein. Ah, tun wir das? Ja. Ich seh genau das du guckst. Nee! Okay, egal. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wurst auf einem Kanal. Heute mal mit einem neuen Gast und zwar die liebe Jana. Hi. Das ist jetzt nicht gefailt. Schade aber auch. Ja. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, dass das gestern Video erst um 23.50 Uhr online ging. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich hab ne Ausrede dafür. Ich hatte nicht so viel Zeit. Und deswegen nehme ich jetzt heute direkt nach der Schule mit der lieben Jana auf. Die hat sich dafür bereit erklärt. It's me. Hello, it's me. Und natürlich findet ihr auch sämtliche Links zu ihren Profilen in der Beschreibung, wie es sich gehört. Nice. 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 Eine nice Sache, Mensch. Ja. Bei den 100 Views, die er noch hat ein bisschen Geiern. Hallo, ich war darauf gar nicht vorbereitet. Weiß ich. Wir haben das gerade mal wieder so ein bisschen spontan gemacht. Wie es bei mir eigentlich immer ist. Schaffst du's? Der Typ rennt einfach in die Ecke. Schaffst du's, Jana? Ich glaub ich schaff's nicht. Nee. Nee. Oh. Langweilig. Das geht zu schnell, Jana. Dann müssen wir noch eine Runde machen im Endeffekt. Das willst du doch gar nicht. War. Oder? Willst du das? Der Typ spawnt. Springt. Erstmal genau in das Loch, was ich gesprieft hab. Ist da der Elephant zurück? Naach nee. Ach. Ja, das war dann doch eine sehr schnelle Runde. Wir gucken mal, was wir noch so machen können. Ah. Fantasy. Die dauert wahrscheinlich etwas länger. Das freut mich doch. Und damit dann direkt auch herzlich willkommen zur zweiten Runde immer noch mit der Jana. Mensch. Mensch. Ein schneller Wechsel. Ein Gedankensprung vom Feinsten. Fast gar nicht nachzuvollziehen. Lol. Ich geh wieder scheiße. Lel war's. Lel war's. Lol war's. Ja. So's war's. So. Ähm. Ach. So geht die Taktik auf dieser Map also. Man baut hier raus. Ja. Ja. Das hab ich mir jetzt einfach mal gerade eben so gedacht. Also das wirst du nicht sagen. Ja. Doch. Dann kann. Ne. Dann kann ich jetzt sagen, das hab ich erfunden. Na ja. Eigentlich macht man das so. Ja klar. Du hast es erfunden aber. Hä. Nein. Mach man nicht. Hä. Doch. Das ist auch klar. Na klar. Also ich mach das seit Anfang an. Hallo und ja. Na klar hast du wieder eingeschaltet. Der beste Autotext. Ja. Ist das einfach mein Autotext. Ja. Ist das deiner? Copyright drauf? Ja. Wie Katja auf den Doggystyle. Okay. Auch nicht sein lassen. F.S.K. 18. F.S.K. 18. F.S.K. 18. Und Gehirnamputation. Oh Mann ey. Achtung einer kommt zu uns falls du nicht in der Base bist. Warum bin ich jetzt nicht? Das freut mich. Der hat auch kein Bett mehr. Das heißt du hättest ein Kill wenn du den tutest. Ja. Und wenn ich ihn nicht tut dann ist glaube ich unser Bett weg. Ja. Ich vertraue dir da einfach mal. Weil der scheint scheinbar ist nicht so kompetent. Wann her meine Süße? Ich bring mich mal um. Da kommt noch einer. Jana du hast gar nichts oder? Nee. Er ist um sein eigenes Loch gelaufen was er gesplieft hat. Bekommst du? Beide. Jana OP. Das darf erstmal ein Like und ab unterlassen. Scheiße. Diese Aktion. Ich glaube ich sollte nach der Schule nie direkt aufnehmen. Das sollte ich mir für die nächsten Tage mal klemmen. Klemmen? Klemmen. Wie ein Klempner das Kapote Rohr abklemmt. Nein. Oh Mann. Ich sollte heute echt nicht sagen. Wie ein Klempner. Klemp... Ja. Gut. Wir sollten es beide einfach lassen. Nein. Wie ein Klempner. Oh. Rot-Hattenbogen. Ein Klemp... Nein. Nein. Der war noch... Nee. Der war noch schlechter. Hallo? Ja. Nichts gegen dich. Aber... Rot hat... Nice try. Rot hat nen Bogen. Ich schießte erstmal auf seinen eigenen Maid. Eins nice Sache das. Eins nice Sache das? Eins nice Sache das? Ja das kenn ich gar nicht. Komm bitte 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 bitte. Bitte. Triff nicht. Triff nicht. Triff nicht. Warum ist da noch einer hinter mir? Ich glaub es nicht. Klaus Fischer. Nur Phil. Bekomm... Ich... Ja ich hätte den auch umgebracht. Also in echt hätte der das Bad nicht bekommen. Ah jetzt fangen wir mit afrikanischen Klickgeräuschen an. Nein ich schaff das immer. Wir unterhalten uns jetzt in äh... Wie heißt die Sprache eigentlich? Weiß ich nicht die... Die... Klick... Klacksen? Ich hab hier keine Ahnung. Ach die sind süß. Vor allem in der Badmantle. Hallo? Der Badminton der ist doch jetzt schon tot also. So Badminton. Nicht einfach so töten. Ja doch. Also ich hab mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen. Ne. Das ist aber nicht gut. Phil das ist meiner bitte. Gib mir die Chance. Stop. Krill. Hoffentlich bekommt er dich. Da kann er nicht. Komm du grinst. Du grinst den ey. Ah. Das war das denn für ein Versuch mich zu Trick 316. Was du bist runter gesprungen? Ja ich hab mich extra umgebracht. Ja. Mhm. Ehrlich? Mhm. Ja okay wir sind bei 6 Minuten. Man muss das ja auch nicht in die Länge ziehen. Wir wollen ja nicht wieder zwischen durch Werbung schalten müssen. Um mehr Geld zu verdienen. Äh deswegen denke ich mal. Ja keine Ahnung ob Diana jetzt gleich nochmal Lust auf eine Aufnahme hat oder nicht. Das sieht man dann ja für die nächsten Tage. Ansonsten hast du noch was zu sagen? Hi. Am Ende der Aufnahme. Nice Sache mal wieder. Okay. Ich will das doch nachholen. Ja. Okay. Dann. Ja. Man hört sich dann die Tage. Schreibt in die Kommentare ob ihr mehr weiterhin sehen wollt oder nicht. Beziehungsweise ob ihr Ideen habt. Ob ihr andere Modi sehen wollt. Keine Ahnung. Ansonsten hört man sich wieder. Ciao mit.